Wilhelm Hauf Der Märchenalmanach auf das Jahr 1826 Die Reise der Karawane war den anderen Tag ohne Hindernisse fördergegangen, und als man am Lagerplatz sich erholt hatte, begann Selim, der Fremde, zu Muley, dem jüngsten der Kaufleute, also zu sprechen. »Ihr seid zwar der Jüngste von uns, doch seid ihr immer fröhlich und wißt für uns gewiß irgendeinen guten Schwank. Tischet ihn auf, daß er uns erquicke nach der Hitze des Tages.« »Wohl möchte ich euch etwas erzählen,« antwortete Muley, »dass euch Spaß machen könnte, doch der Jugend ziemt Bescheidenheit in allen Dingen, darum müssen meine älteren Reisegefährten den Vorrang haben. »Taloykos ist immer so ernst und verschlossen. Sollte er uns nicht erzählen, was sein Leben so ernst machte? Vielleicht, daß wir seinen Kummer, wenn er einen solchen hat, lindern können, denn gerne dienen wir dem Bruder, wenn er auch anderen Glaubens ist.« Der Aufgerufene war ein griechischer Kaufmann, ein Mann in mittleren Jahren, schön und kräftig, aber sehr ernst. Ob er gleich ein Ungläubiger, also kein Muselmann war, so liebten ihn doch seine Reisegefährten, denn er hatte durch sein ganzes Wesen Achtung und Zutrauen eingeflößt. Er hatte übrigens nur eine Hand, und einige seiner Gefährten vermuteten, daß vielleicht dieser Verlust ihn so ernst stimme. Zaloykos antwortete auf die zutrauliche Frage Muleys, »Ich bin sehr geehrt durch euer Zutrauen. Kummer habe ich keinen, wenigstens keinen, von welchem auch ihr mit dem besten Willen mir helfen könntet. Doch weil Muley mir einen Ernst vorzuwerfen scheint, so will ich euch einiges erzählen, was mich rechtfertigen soll, wenn ich ernster bin als andere Leute. Ihr seht, daß ich meine linke Hand verloren habe. Sie fehlt mir nicht von Geburt an, sondern ich habe sie in den schrecklichsten Tagen meines Lebens eingebüßt. Ob ich die Schuld davon trage, ob ich Unrecht habe, seit jenen Tagen ernster, als es meine Lage mit sich bringt zu sein, möget ihr beurteilen, wenn ihr vernommen habt. Die Geschichte von der abgehauenen Hand Die Geschichte von der abgehauenen Hand